Komm her, hier, 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 Luca, hier, oh Luca, falsche Richtung, hier hinter dir. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft, offizieller neue Folge Minecraft Pocket Edition und wir zocken hier wieder. Mache den scheiß Ton aus, mache den scheiß Ton aus, Michael. Michael, mach den Ton aus. Nein, das ist nicht meiner, das ist ja Lukas Spacken. Ja, Luca, mache den Ton aus. Heute spielt Mischi mit, ne? Ja, und wir können auch mal den Kanal Speed-Spieler besuchen, Föller. Naja, der ist dumm. Okay, also, wie am letzten Mal ja passiert ist, das Haus wurde von Paul angezündet, von Paul Steinort. Das war schon die Vorgaben. Ja, das war schon noch voll. Sollen wir sagen, wo er wohnt? Hast du es aufgenommen? Ja, ich hab's aufgenommen. Ja, also, wir haben alles gelöscht, wir mussten vorher mal spielen. Und ja, und jetzt müssen wir... Na, jetzt bauen wir, und wie keine Ahnung, was jetzt bauen wir. Sag. Ja, eigentlich diese Welt, das ist eigentlich schon ziemlich übel. Ross Wood spielt gerade im Hintergrund, meint Volt auf dem PC, also nicht wenn da Kommentare kommen. Also na, okay, also wir zocken, zu hoßen. Oh, sorry. Ross Wood ist halt ein cooler Name. Und Luca ist jetzt aufs Wort, ne? Ja, also, ja. Also Luca ist noch dabei. Bap, äh, äh. Luca, der andere Ritter. Fuck, ich auch. Äh. Fett er jetzt. Es ist doch nicht peinlich. Wieso wächst du in dem MPC doch ein Pilz, Luca? Weil er dumm ist. Weil er sieht, dass Paul dumm ist. Und dann wächst er da eben. Mann, ich wollte hier gerade rutschleiden. Das ist wie Haus, ey. Ey, Passi, hast du Pfeile? Nein, ich hab keine Pfeile. Hey, Luca, lass uns in der großen Arena betteln. Ja. Ich hab ne riesen Arena betteln. Komm mal wieder zum Haus, dann kann ich... Alter, ich bin rausgekehrt. Wo bist du? Alter, ich muss erst mal zur Arena. Komm mal her, komm mal zu mir. Du gehst nach... Ich bin, ich bin Schrägstrich. Komm mal her. Ah, hast du unsere Schuld? Warte, ich komm zur Arena, Leute. Aber ich hab kein Schwert, wo gibt's? Komm. Nein, es geht noch zu zweit. Hast du ein MyCard, hast du ein MyCard? Alter, ich hab grad alles verloren. Hast du eins? Ja. Dann setz sie auf die Schiene und fahr einfach hinter mir her. Ich hab eine komplette Eisenrüstung. Dann nicht einsteigen. Länger draufdrücken. Ach so. Geil, da steht TNT rum, das brauch ich mir mal. Ja, ich fahr. Ach, nein? Gut. Und dann einfach raussteigen. Oder was... Welches Schweine rüpfst du hier rum? Ha, bam. Hier raussteigen. Ach so, Woodman mal wieder. Okay, komm. So sind die Kisten zum Reintun von... Komm her, hier, 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 Luca. In diesem Haus. Hier. Erkennst du eigentlich... Oh, Luca, falsche Richtung, hier, hinter dir. Alter, jetzt hab ich da eine Runde gesetzt. Ach, hier. Komm her. Hast du zu folgen mal geguckt, Luca? Hast du das auch noch nicht? Doch, hab ich. Ja, ich hab die sogar abonniert. Ich hab die da... Komm her, komm her, hier ist das Lager. Du siehst grad zum Weg rum. Da, ich hab's. Kiste... Was? Dir das einfach unbenennt? Scheisskind. Ja, dann losst du auch noch was. Kiste von Lotte. Bauen wir mal ab. Hallo, Kiste von Lotte. Hat die richtig geschrieben? Kiste, ja. Ich lass es. Komm, man ist alles voll. Hier, ich hab noch drei Pfeile gefunden. Was für Ausrüstung machen wir? Äh, feine Bogen. Feine Bogen einfach nur, keine Rüstung. Na, eigentlich nur Goldrüstung. Ja, Goldrüstung. Also Goldrüstung, okay, warte. Hast du Goldrüstung? Ich hab noch ein bisschen was von der Goldrüstung. Ich hab meine Goldrüstung vorhin weggetan. In der Spiele 1 Kiste, das glaube ich. Können wir nicht einfach ohne... Nein, in der Spiele 1 Kiste ist was. Weil Gold ist eigentlich... Gold ist Standard. Gold braucht man... Also stoppt man viel zu schnell von drei oder vier Schüssen. Ja, okay. Also Goldhelm hab ich. Ich hab alles so lange schon mal fertig. Ich hab mir eine Goldhose. Ich hab früher schon mal fertig gemacht. Aber dann haben wir hier eine Crossing Bench irgendwo. Nee, komm mal her. Komm mal hier in die letzte Kiste. Luca, stopp. Guck mal in die Kiste 5. Kiste 5. Geh mal in die Kiste 5. Okay. Das brauch ich, das brauch ich. Das brauch ich. Ich brauch trotzdem noch einen. Ich brauch Schuhe. Schuhe? Und... Schuhe hab ich... Nee, Schuhe hab ich nur Silber, okay. Silber? Eisen oder was? Ja. Leute, mal noch eine Frage. Warum können in der Arena nur zwei zocken? Ich dachte, um... Nein, weil... Das war letztens so, ne? Wir haben zusammengezockt, ne? Nein, also gehen immer zwei... Ja, und Frieda und Paul sind beide auf... auf mich erst mal, ne? Haben mich hinten hergekriegt, haben mich abgehauen. Also machen wir mal eine Frage. Dann haben sie mich getötet und irgendwas scheiße. Das ist doch lustig. Äh, Heidi ist da, Alter. Da ist eine. Craftingt. Äh, hier. Bei den Schienen da ist irgendwo einer. Bei den Schienen ist irgendwo einer. Ja. Wer rülpst? Ach, da stimmt. Luca rülpst. Ich hab gar nicht rülpst. Das ist es nicht. Paul ist es. Halt ist es. Fassi ist es. Nein, ich hab gerade nur einmal rülpst. Davor hab ich nicht rülpst. Oh. Irgendein Spaß, die hat hier irgendwas hingetan. Bist du fertig? Ja, ich muss jetzt noch mal schnell mal wieder. Meine Fresse, wo ist denn die Angelrotachie? Wieso sind die ja nicht Schafe? So, Leute, ich bin... Ich geh mal kurz die Schafe, die hier rumschwehen. Ja, mach mal. Ah, scheiße. Das passt nicht hier rein. Alter Einschlag und das Schaf war tot. Ja, was hast du für ein Schwert? Du wolltest kein Eisenschwert zum Betteln. Nein, Goldschwert. Ja, Goldschwert. Nee, oder? Wollen wir Holz? Okay, aber nur Feinbogen. Nee, nur Feinbogen. Brauchst du, ich will mit. Nein, du musst zugucken. Ja, okay. Ich hab das Eisenschwert aus Belohnung. Und aus Belohnung hab ich noch zwei Schafzeug. Ach, kannst du auch Belohnung mitnehmen? Musst du nicht. Das mach ich aber. Ich nehm. Es wird Tag. Verspätet mal Gas und Arena Gas. Kann man nur mit Brunnen angeln? Nein, du Paul. Da kriegst du keine Fische. Nein, du Paul. Noob, Paul. Ja, klar kann man lange. Man darf auf jeden Fall den Bogen machen, ja? Ja, ja. Ich hab ne Steinschwert aus Eisenschwert. Mach du mal die Türen zu. Ja. Der Punde ist zu klein so lange. Okay, ich park mich irgendwo. Park die einfach in irgendeine Ecke. Lass uns doch mal alle betteln. Das ist viel lustiger. Michi, das ist scheiße. Ach, Michi, du raffst mich. Ja, du sagst los wieder. Okay. Warum wir das nicht? Drei, zwei, eins, go. Nein, aber es geht nicht. Auf einen musst du ja gehen. Weißt du, wenn ich dann in der Mitte stehe, dann gehst du jetzt auf mich. Das ist scheiße. Nein, das war bei mir eben so richtig kacke. Ich bin da, ne? Frieda kommt an, Paul riefst. Du hast ja noch keine Eisenrüstung an, Frieda. Eisenrüstung hab ich an. Ja. Sehr dumm. Na, Luca zog ihn nicht. Wieso, das war doch da oben bei dem Update hingesetzt. Hab ich gar nicht gecheckt. Mann, kann man in diesen Rüstung du kannst mit dem Gewinner betteln? Ja, ich will mich dann gegen den Gewinner betteln. Wie sieht es aus, jetzt wahrscheinlich Luca. Scheiße, ich hab noch ein Leben. Ist es wieder gut? Nein. Hallo? Sag doch mal, verdammt, es ist guckt. Scheiße, ich bin tot. Vielleicht musst du dich bewegen, jetzt trifft er dich so schnell. Ich hatte nicht mal mehr nur die Hälfte. Ich hatte voll vier noch. Und dann hat es noch ein bisschen... Nein, guck mal, ich fang gleich was. Äh, verkackt eben. Bist du abgeregt? Ja, ihr seid alle schlecht. Guckt mal, wo ich was gefangen hab. Ja. Da habt ihr nicht drauf. Da. In wo hat denn was gefangen? In dem, ähm... Ach ja, ich weiß wo. Da, wo das Zeug auch wächst. In der Forelle hab ich gefangen. Wo das Zeug wächst, oder? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Raff Salomon. Ha, la, 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 la. Mein Vater und ich haben irgendwie kein Angelglück. Das ist voll dumm. Soll ich dir deine Sachen wiedergeben, Peter? Nö. Ich bin übelbar, um Angelnskinder. Du musst mit mir angeln. Luca, wollen wir uns in der Arena betteln? Alter, Luca. Ich dachte, bei Minecraft meinst du jetzt? Nö. Mein Vater will kein Minecraft. Ah, cool, ich hab... Ist ja mal episch, jetzt da war so ein Schaf, unter dem hab ich ein Minecraft gesetzt, das sind jetzt so Minecraft. Oh, du bist das so... Oh, du bist so... Ja, warte, ich muss noch... Ich bist so schlau. Hast du, bist so schlau? Ich war verloll. Ich wollte ja gar nicht. Das war ja mein Minecraft eigentlich. Warte, ich brauch noch schnell Holz. Bau kurz mal das Ding an. Alter, hier kann man übel geile Namen. Alter, irgendwie dieses Minecraft ist irgendwie scheiße. Also wenn man... Ich hab keinen Bogen, ich will keinen Bogen. Oh, danke. Ähm... Nee, brauchst du mir nicht geben. Hä, Luca, du kannst... Fahr mal die Schienen. Nein, nur mit Bogen. Luca, fahr mal die Schienen. Schien mal. Luca, fahr die Schienen. Fahr mal die Schienen. Die hab ich gewonnen, die sind richtig geil gewonnen. Mit allem, was man da hat. Mit allem, was man da hat. Ha, 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 ha. Ihr seid alle schlechter als ich. Ich hab jetzt schon wieder was gefangen. Ha, Paul, du bist so gut. Du bist so gut. Na, Minecraft. Man ist ja schlau. Oh, ihr backen wieder 100 solcher Scheiß-Mine-Cards. Ich hasse, ich kann irgendwie nicht angeln, ich bin da... Oh, ich hasse das, wenn das alles so backt, hier alles. Hey, back's grad bei dir. Du musst mal so ein Zweitpick sehen.